Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur vierten Folge des Emacs Screencasts bei Datenschauer. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Screencast geht es darum, wie ich Emacs und vor allem Orgmode einsetze in meinem Alltag, aber vor allem auch in meinen wissenschaftlichen Arbeiten. Und heute gehen wir endlich in Medias Res, wir schauen uns Orgmode an. Was ist Orgmode? Und ich will euch die Basics zeigen. Wir werden in den nächsten Folgen tiefer einsteigen, aber heute soll es tatsächlich um die Basics gehen. Und wenn ihr keine der Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal, drückt auch auf das Glöckchen, so dass ihr immer up to date seid und ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Okay, was ist Orgmode? Orgmode ist ein sogenannter Major-Mode. In Emacs unterscheidet man zwischen Major-Modes und Minor-Modes. Und ein Major-Mode ist etwas, wie das Wort Major schon sagt, also eine größere Anpassung, etwas, das Emacs nachhaltig verändert, teilweise das Aussehen, aber vor allem das Verhalten. Und auch das, was ich eben mit Emacs tun kann. So erinnert sich Emacs von einem reinen Editor, zum Beispiel zu einem Git-Interface mit Margit. Das wäre zum Beispiel ein Major-Mode. Oder eben mit Org-Mode ist Emacs kein einfacher Editor mehr, sondern das, was ich euch heute zeige. Und ein Minor-Mode unterstützt Major-Modes. Die laufen so im Hintergrund und bringen kleinere Funktionalitäten mit, wie zum Beispiel Fly-Check. Damit kann ich meine Rechtschreibung checken, ja, in einem Buffer. Das wäre so ein Minor-Mode. Der läuft so im Hintergrund und den kann ich einfach einsetzen. Gut, Orgmode. Orgmode wurde 2003 von Carsten Dominik entwickelt. Ich glaube, er war damals noch bei der NASA angestellt. Zurzeit ist er auch wieder Maintainer, sobald ich weiß. Sobald ich das auf der Wikipedia-Page gelesen habe. Ganz interessant, das habe ich euch in die Shownotes gepackt, einen Link dazu, sind seine Interviews, zwei Interviews, die er mit Sacha Chua geführt hat und wo er so ein bisschen beschreibt, warum er Org-Mode entwickelt hat, was ihn dazu bewegt hat, wie das Ganze auch so war, für was es eingesetzt hat. Total faszinierend. Ein wichtiger Maintainer auch in der Zeit bei der Entstehung von Org-Mode ist Bastien Garry. Aber heutzutage wird Org-Mode vor allem von einer großen, großen Open-Source-Entwickler-Community ständig weiterentwickelt. Und die aktuelle Version ist 9.5. Die habe ich hier noch nicht mehr installiert. Ich bin hier noch auf 9.4. Genau, die kam erst vor ein, zwei Wochen raus. Noch nicht so lange her. Und wie gesagt, Org-Mode ist eine Erweiterung für Emacs und seit Version 22 ist es Bestandteil von Emacs. Das heißt, wenn ihr euch Emacs, also ich rede ja immer von GNU-Emacs, dann ist Org-Mode schon dabei. Dann braucht ihr eigentlich gar nichts machen. So. Aber was kann ich jetzt alles mit Org-Mode machen? Was ist Org-Mode denn nun eigentlich? Und was ihr hier schon so ein bisschen seht, ich bin hier nämlich schon in einem Org-Mode-Buffer. Ja, das seht ihr unten an dieser Endung. Äh, Punkt Org, Test.org. Und, ja, ich drücke hier einfach meine Tab-Taste. Ihr seht schon, hier verändert sich was. Hier sind so Überschriften, die klappen auf, die klappen zu. Die haben auch schon, wie man hier sieht, eine gewisse Hierarchie, das Ganze. Und das ist einfach ein Gliederungs-Editor. Das heißt, ich kann mir hier Notizen zusammenschreiben und so weiter und diese hierarchisch ordnen. Also es ist ein Informations-Management-Tool. Und gleichzeitig aber kann ich diese Gliederungselemente anreichern mit To-Dos, mit Tags und so weiter. Kann Termine machen. Das heißt, es wird auch zu einem Projekt-Management-Tool. Und Org-Mode hat enorme Exportfähigkeiten. Das heißt, ich kann es benutzen zum digitalen Publizieren. Aus einem Org-Mode-File kann ich PDFs erstellen, HTML-Dateien und viele, viele weitere Formate. Digitales Publizieren. Dann eine Tabellen-Kalkulation. Ich kann Tabellen erstellen und ich kann wirklich Formeln hinterlegen und ich kann diese Tabellen auch nehmen. Und zum Beispiel dann, und das kommt zum letzten Punkt, Org-Mode hat etwas mit Literate Programming zu tun. Das heißt, ich kann Text schreiben, ganz normalen Fließtext, irgendwas Beschreibendes, etwas Verbales. Und dann kommt ein Blog und da ist Source-Code drin und den kann ich ausführen, dann kann ich wieder was schreiben und dann kann ich den wieder ausführen und so kann ich mir das zusammenstückeln. Das Ganze kann das also beschreiben, was das Programm macht und am Ende kann ich das Ganze exportieren und ich habe ein File für meine Programmiersprache, das ich dann ausführen kann. Also das sind so die Hauptpunkte, was Org-Mode kann, ich sage mal so out of the box. Denn auch für Org-Mode gibt es wieder wahnsinnig viele Erweiterungen und heute wollen wir uns vor allem Org-Mode als Gliederungseditor anschauen, aber auch als Informations- und Projektmanagement. Das sind so die Basics, die Basics, für die man Org-Mode eigentlich so einsetzt. Und ich zeige euch jetzt noch mal so, wohin ich mit dieser Serie möchte. Ich habe nämlich erst vor kurzem wieder ein kleines Bildchen gefunden, so eine kleine Grafik, die ich mal erstellt habe. Ich mache die hier mal auf. Das ist mein Workflow, damals, als ich 2017 meine Masterarbeit geschrieben habe. So, hier drinnen passiert alles in Emacs. Und an diesem Workflow hat sich eigentlich in meinen wissenschaftlichen Arbeiten nicht viel getan. Und dieser Emacs-Screencast, in dem möchte ich so ein bisschen diesen Workflow vorstellen. Das heißt, ich habe hier eine Org-Datei gehabt, master.org. Und wie gesagt, die ist in Org-Mode und da habe ich meine To-Dos, Meetings, Notizen. Ich habe Zeiterfassung. Oh, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den habe ich gar nicht mit aufgenommen. Zeiterfassung ist auch noch so eine Sache. Ich habe in Org-Mode Literaturnotizen gehabt, ja, also Reading-Excerpts. Ich habe das Ganze strukturiert und ich habe natürlich da meinen Text geschrieben, meine Masterarbeit, ganz normal, meinen Text. Und das Ganze, ja, habe ich dann so ein bisschen erweitert mit Org-Ref und Helm-Bip-Tech, das heißt, um eben Literaturhinweise da drinnen zu speichern und eine Bibliografie anzulegen. Und das Ganze habe ich mit einem weiteren Major-Mode in Emacs verwaltet. Und das ist eBip. Das ist quasi meine Literatur-Datenbank, auf die ich zugegriffen habe. Das Ganze war dann quasi in dieser Master.bip-Datei drin. Und hier habe ich auch, das ist auch ein Org-File, eben meine Reading-Excerpts gehalten. Das sind diese drei Dateien in diesen Major-Modes und diesen Erweiterungen. Und dann konnte ich eben mit der Hilfe erst mal hier dieser Punkt, der findet außerhalb Emacs statt, ja, der ist aber hier verbunden mit Org-Mode. Das ist so eine Export-Funktion von Org-Mode. Das heißt, ich konnte mir die mit LaTeX Make in PDF exportieren. Das heißt, ich musste in meinem System TechLive installiert haben oder es gibt es ein Mac-Tech noch und auf Windows nimmt man gerne Mic-Tech. Ja, also irgendein Tech muss installiert sein und dann kann man sich hier ein schönes PDF ausgeben lassen. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch Präsentationen für Tagungen und so weiter erstellt mit Org-Reveal. Ja, das ist so eine JavaScript-Bibliothek Reveal.js, die sehr schöne Präsentationen im Browser macht. und man kann sogar noch mit der Hilfe von Pandoc so ein E-Book auch noch von seinem File erstellen. Und das ist so der Workflow, also es passiert ganz viel in Org-Mode und deswegen dreht sich der Anfang dieses ganzen Screencasts eben in Org-Mode, weil hier das meiste passiert und wir werden natürlich auch zu den anderen weiteren Schritten kommen. In der heutigen Screencasts-Folge wird es darum gehen eben Org-Mode zu benutzen. Wir werden uns anschauen das Thema Gliederungen, wir werden uns anschauen das Thema To-Dos, Tags, Prioritäten, Schedule und Deadline und dann noch einen kurzen Blick auf die Org-Agenda werfen. Ja, würde ich sagen, dann starten wir mal. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner, dann seht ihr hier ein bisschen mehr. Ich hoffe, die Schriftgröße ist angenehm. Ja gut, dann springen wir mal an den Anfang dieses Files und schauen uns mal diese Gliederungselemente an. Ihr seht, hier ist so ein Sternchen und das ist eigentlich so der Punkt in Org-Mode, ich kann mir solche Gliederungselemente anlegen, indem ich hier so ein Sternchen eintippe und jetzt seht ihr, das verändert sich schon ein bisschen, das heißt, Org-Mode weiß, hier ist eine Überschrift, das heißt, hier mache ich Gliederungsebene 1 und dann kann ich hier ein bisschen Text schreiben und wenn ich jetzt zu dieser Gliederungsebene springe und Tab drücke, dann wird das zugeklappt und mit Tab kann ich das Ganze wieder aufklappen und mit Tab wieder zuklappen, so kann ich eben einzelne Elemente mit Tab sichtbar und unsichtbar machen und Tab, das cyclet so ein bisschen durch die Überschriften durch, das heißt, unter dieser Überschrift sind ja schon ein paar weitere Punkte darunter, das sieht man übrigens hier an diesen drei Punkten, das heißt, diese drei Punkte werden von Org-Mode hinzugefügt, wenn sich noch mehr Überschriften, Text und so weiter unter einer zugeklappten Gliederungsebene befindet und mit Tab mache ich es einmal auf und nochmal Tab öffnet alle Gliederungsebenen und nochmal Tab macht es wieder zu, also hier kann ich mich so, kann ich das Ganze so durchgehen. Jetzt lasse ich das Ganze mal offen, ich kann natürlich mit Steuerung N und so weiter nach unten gehen und Steuerung P, ich kann aber auch zwischen den Gliederungselementen hin und her springen, das heißt, mit Steuerung C, Steuerung N, Steuerung C ist übrigens so, wie Steuerung X meistens so diese Prä-Tastenkombination für Emax ist, so ist Steuerung C diese Prä-Tastenkombination mit Org-Mode, mit der ich ganz viele Tastenkombinationen in Org-Mode einleite, also mit Steuerung C, Steuerung N kann ich hier zu den nächsten Gliederungspunkten springen und Steuerung C, Steuerung P Previous bringt mich eben zurück. So kann ich sehr schnell zwischen den Gliederungsebenen hin und her springen und ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine weitere Gliederungsebene auf auf und das kann ich, ich könnte natürlich jetzt hier unten hinspringen und wieder so ein Sternchen machen, wenn zwei Sternchen ist natürlich eine Gliederungsebene tiefer, also Gliederungsebene zwei, aber das ist ein bisschen mühsam die ganze Zeit Sternchen einzugeben, das heißt, ich kann auch Steuerung Return macht mir quasi eine weitere gleiche Gliederungsebene, also wenn ich hier auf Gliederungsebene zwei bin, eigentlich ist das jetzt 2.2 und das ist 2.1 warum eigentlich zwei Punkt? Das ist eigentlich 1.1 so müsste man das jetzt eigentlich, wenn ich das numerisch ausdrücken will, wäre es so richtig das heißt, wir geben jetzt hier mal ein bisschen Text rein und hier auch mal ein bisschen Text so und wenn ich jetzt auf der Gliederungsebene 1 bin und mit STRG C STRG P springe ich die einzelnen Gliederungsebenen durch, wenn ich aber auf die gleiche Gliederungsebene springen möchte, also hier von der Ebene 1 auf die höhere andere Ebene 1 dann kann ich das mit STRG C BACK machen und STRG CF springt quasi die Ebenen hin und her die mehr oder weniger auf der gleichen Ebene sind ok so kann ich also zwischen den Ebenen sehr schnell navigieren wie gesagt Tab öffnet die Ebenen und dann ist es natürlich auch so ich kann natürlich die Gliederungsebenen auch verschieben gehen wir mal zu der hier und dazu ist die Metataste drücke ich die Metataste und mit der Metataste nach unten oder nach oben weiter geht das nicht also ich kann nicht über einen Gliederungspunkt also diese Gliederungsebene 1.1 kann ich jetzt nicht weiter nach unten schieben weil diese hier dazwischen ist ich glaube das müsste gehen mit Meta Shift und nach unten ja da kann ich sehen aber hier bleibt der Text leider aber so kann ich sie durchschieben Meta Shift aber und dann natürlich die Pfeiltasten aber wenn ich normal die Metataste und die Pfeil das nimmt dann wechselt auch wirklich ich muss das mal zeigen weil ich habe hier ich habe hier Text geschrieben das ist Text zu 1.1 ja und ähm das hier ist Text zu 1.2 damit ihr seht dass hier der Text auch wirklich mitwandert ich finde das ist ganz wichtig also wenn ich hier Meta ähm und runter drücke dann seht ihr der Text wird mitgenommen ich kann das auch hier nochmal mit dem was ist Org Mode machen ja hier der Text wandert mit bei Meta und Pfeiltasten also so kann ich Gliederungspunkte verschieben und dann kann ich natürlich auch Gliederungsebenen ändern wie gesagt ich könnte natürlich jetzt diese Gliederungsebene mit einem weiteren Sternchen noch eine Ebene ähm hinunterschieben das kann ich aber auch mit der Meta Taste machen das heißt ich kann hier sagen okay diese Gliederungsebene soll noch eine ähm Ebene weiter einrücken mit Meta und nach rechts ja seht ihr der Text wird auch richtig eingerückt es geht rüber ähm und Meta links natürlich wieder zurück ich kann das natürlich auch zur Gliederungsebene 1 machen also hier kann ich die Ebenen durchgehen sehr leicht das kann ich auch mit ganzen Blöcken machen wenn ich jetzt hier auf dieser Gliederungsebene 1 bin und jetzt mal Meta und Pfeiltaste nach rechts mache kann ich kann ich also auch allerdings bleiben die da unten jetzt glaube ich mit Meta Shift ja genau mit Meta Shift und den Pfeiltasten kann ich quasi diesen ganzen Block hier ja weil das ist ja für mich jetzt ein Block und der soll auch mit äh den Ebenen nach unten wandern ja den will ich jetzt das soll alles auf Ebene 2 sein und natürlich soll das auch alles mitgehen und das soll dann Ebene 3 sein das heißt ich kann mit Meta Shift und rechts habe ich alles quasi der Reihe nach äh eine Gliederungsebene weiter nach unten geschoben so also soviel zu den Gliederungsebenen wunderbar ein weiterer Punkt beim Thema Gliederungen sind Listen ja ganz oft möchte man ja ähm Informationen in Listen speichern ja das ist eine gängige Sache das heißt ich gehe jetzt hier mal runter zu meinem Text hier und mache hier mal so ein Minuszeichen davor ja springe jetzt mal an das Ende von dieser Zeile und schaut was passiert wenn ich die Metataste drücke und Return dann kommt hier ein neuer Gliederungspunkt das heißt ich kann mir jetzt diesen Gliederungspunkt hier mal kopieren und einfügen und noch einen weiteren einfügen und dann habe ich hier drei Gliederungspunkte und auch diese kann ich verschieben das heißt auch hier gilt das gleiche wie mit den Überschriften ich kann mit Meter hoch und runter Pfeiltasten hoch und runter kann ich diese Gliederungspunkte verschieben und auch hier Listen sind ja dafür da auch Unterlisten zu bilden das heißt auch hier kann ich mit Meter und rechts das Ganze einrücken weiter kann ich es nicht einrücken ich kann es immer nur eine sinnvolle Ebene wenn ich jetzt hier in dieser Unterebene nochmal Alt Return drücke bleibt der Cursor quasi auf der richtigen Ebene und ich kann hier weitere Gliederungspunkte machen oder wieder einrücken das Schöne ist ich kann diese Gliederungselemente auch verändern und dazu drücke ich die Shift Taste und nach Pfeiltaste nach links oder nach rechts endet hier diese Darstellungsform auch hier kann ich natürlich die Darstellungsform ändern schauen ob ich das ja genau mit Meter Shift kann ich auch Gliederungspunkte einer niedrigeren Ebene in eine andere Ebene verschieben so könnte ich jetzt diesen Gliederungspunkt hier nach oben schieben gut wunderbar also Listen Listen sind aber auch dazu da um abgehakt zu werden das ist auch ganz oft notwendig und dazu kann man folgendes machen machen wir hier mal eine neue Liste auch die leite ich ein mit einem Minus Zeichen und dann mache ich Klammer auf ein Leerzeichen dazwischen und dann seht ihr schon die Darstellungsform hat sich leicht verändert je nach 7 die installiert hat und dann ist das hier Checkbox 1 und wenn ich jetzt nochmal Meta Return drücke also ein neues Gliederungselement darunter einfügen werdet ihr sehen oh nein das bleibt eine normale Gliederung wir wollen aber eine weitere Checkbox haben das heißt ich muss hier Meta Shift Return drücken und ich habe hier eine zweite Checkbox und vielleicht Checkbox 3 so wie kann ich jetzt diese Checkboxen checken also sagen okay dieser Punkt ist erledigt dazu gehe ich in diese Zeile dieser Checkbox und dann mache ich STRG C STRG C also zweimal STRG C und die Checkbox ist gecheckt und gehe zum nächsten Punkt und die Checkbox ist gecheckt nun wenn ich wissen will was habe ich denn unter dieser Gliederungsebene zu tun also hier habe ich ja so ein paar Checkboxen und ich würde gerne sofort bei meiner Überschrift sehen was ich denn da zu tun habe dazu gehe ich hier an das Ende der Zeile und mache wieder eine eckige Klammer auf und mache einen Forward Slash hier seht ihr schon auch das hat sich jetzt grafisch visuell schon geändert und jetzt mache ich hier auch wieder STRG C um dieses Element abzudaten und hier seht ich habe hier zwei von drei Aufgaben unter diesen Gliederungsebene schon beendet das heißt wenn ich jetzt hier zu meiner letzten Checkbox gehe seht ihr es wird grün ich habe diesen Punkt erledigt apropos erledigen und etwas tun müssen es wäre doch jetzt sinnvoll sofort zu sehen dass dieser Gliederungspunkt einfach ein To-Do Item ist also hier muss ich wirklich etwas tun machen wir mal diese Checkbox wieder raus mit zweimal Steuerung C springen hier mal nach oben also ich will dass diese Überschrift ein To-Do Item wird dazu drücke ich die Shift Taste und nach rechts und es wird ein To-Do Item drücke ich noch mal die Shift Taste und nach rechts geht es auf Done und noch mal nach rechts geht es wieder in den Ausgangszustand ist es quasi kein To-Do Item mehr gehe ich wieder nach rechts Shift rechts ist es wieder ein To-Do Item natürlich könnte ich das auch so hinschreiben könnte ich natürlich auch machen aber wenn man sich viel in Org-Mode bewegt ist es einfach wichtig diese Abkürzungen zu kennen diese Tastenkombinationen und so jetzt schaue ich mal ob das Org-Mode automatisch macht wenn ich hier die letzte Checkbox nein es wird nicht automatisch ein Done das kann ich einstellen dass das funktioniert dass es dann automatisch auf Done geht wie das geht muss ich nachschauen wichtig ist dass ich hier jetzt aber noch mehr solcher To-Do Elemente einfügen kann also nur To-Do und dann ist irgendwie in meinem täglichen Workflow ein bisschen wenig könnte ich da nicht noch ein bisschen mehr Punkte haben die ich hier anfügen kann und genau das wollen wir jetzt machen als aller erstes kann ich Org-Mode immer pro Org-File sagen oder die Einstellungen setzen pro Org-File und das mache ich wenn ich ganz an den Anfang des Files gehe und Org-Mode erlaubt es mir sogenannte Einstellungen zu setzen und das mache ich mit der Raute mit der Raute Plus Zeichen das muss ich voranstellen und dann kann ich so Keywords eingeben zum Beispiel To-Do Doppelpunkt so Raute plus To-Do Doppelpunkt das sagt Org-Mode wie es mit diesen To-Do Items umgehen soll und da kann ich sagen ich benutze zum Beispiel Getting Things Done Paradigmen von David Allen das heißt ich möchte einen Status Next haben dann natürlich den Status To-Do dann möchte ich den Status Waiting haben vielleicht noch sowas wie Delegated 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 also delegiert so das sind die Stati die ein To-Do Item nicht beenden ja da ist es immer noch aktiv und dann mache ich hier so einen senkrechten Strich und dann habe ich zwei Stati und zwar dann und canceled und wenn das erreicht ist dann ist mehr oder weniger die Aufgabe erledigt dann kann ich sie aus meinem Gedächtnis rausschmeißen und das zeige ich euch jetzt hier das heißt wenn ich jetzt hier durch cycle das hat ich glaube ich muss org mode nochmal ausführen dass er dieses file nochmal einliest ich mache das nochmal größe für euch jetzt glaube ich sollte es gehen schauen wir mal ja jetzt ich musste org mode nochmal dieses file neu laden lassen das heißt wenn ich von dem ausgangszustand mit shift rechts g kommt jetzt zuerst next to do waiting delegated und dann done beziehungsweise cancelled also so kann ich hier jetzt diese to do hindurch springen es gibt aber wenn ich viele to do items habe und vielleicht auch ja noch mehrere sets an to do definiert habe zum beispiel wenn ich entwickler bin und ein bug tracking to do sequence mir mehr oder weniger anlege dann bekomme ich plötzlich eine ganze reihe an to do und das heißt ich kann auch direkt so ein to do setzen indem ich strg c strg t setze ah ok das muss ich auch noch ändern sehe ich gerade ich habe schon so lange nicht mehr mit dem org mode gearbeitet wo das nicht war also dann gehen wir jetzt doch mal in die und in unsere init.el und passen mal ein bisschen was bei org mode an das heißt ich wechsle hier mal auf die init.el und wollen uns mal hier ein paar Einstellungen für org mode ziehen ich muss nur immer hier suchen wo diese Einstellung ist ah ja genau zq und dann gibt es die variable org use fast to do selection und das soll an sein ok ich habe das evaluiert mit STRG X STRG E schauen wir ob org mode das schon übernommen hat und jetzt probieren wir mit STRG C STRG T Nein das funktioniert noch nicht ich lade org mode nochmal neu das will immer noch nicht das könnte an was könnte das liegen ja ich habe es herausgefunden wie ihr oben seht ist ja klar ich habe zwar die to do sequenz definiert aber org mode noch gar nicht einen Shortcut mitgegeben das brauche ich nämlich jetzt also seht hier oben habe ich neben dem eigentlichen state noch in Klammern so einen Buchstaben mitgegeben also ein Zeichen ein Charakter den ich dann drücken kann um diesen state anzuwenden auf einer Gliederungsebene und jetzt funktioniert auch mein STRG C STRG T ihr seht hier unten sind jetzt die verschiedenen To-Do-States aufgelistet die ich auswählen kann und ich kann jetzt quasi hier W für Waiting oder STRG C STRG T sage ich hier unten C für Cancelled und dann ist das Ganze gecancelled genau also das ist ja klar ich musste ja erst diese Shortcuts hier oben hinzufügen damit org mode weiß was es tun soll so also das ist die ganze Sache mit To-Dos und jetzt wäre es natürlich gut ich mache jetzt mal dieses To-Do hier wieder auf jetzt ist es natürlich ganz gut wenn ich solchen To-Dos einen Termin mitgeben kann also entweder einen Termin ab wann ich sie erledigen möchte zum Beispiel diesen Punkt will ich morgen um 14 Uhr erledigen oder sagen wir mal heute um 14 Uhr also ich kann das ganze schedulen planen für einen Termin oder ich sage hier ist eine Deadline bis zu diesem Punkt muss diese Aufgabe erledigt sein und das mache ich auch wieder mit Steuerung C und dann Steuerung S für scheduled oder Steuerung D für Deadline also Steuerung C Steuerung S geht hier unten ein Mini Kalender auf und in diesem Mini Kalender kann ich mich nur mit der Shift und den Pfeiltasten bewegen also wenn ich die Shift Taste gedrückt halte und dann eben Pfeiltaste nach unten dann springe ich hier wochenweise oder mit der Pfeiltaste nach links oder rechts springe ich hier tageweise das heißt wir haben heute den 15 so ich möchte das am 15 erledigen und dann seht ihr hier scheduled am 15 10 20 21 Freitag und jetzt kann ich sogar noch hier hinter die Uhrzeit eintragen mit 14 Uhr dann hätte ich das geplant und ich kann dem ganzen natürlich jetzt auch noch eine Deadline mitgeben es geht wieder mein Minikalender auf und das heißt ich will es auf jeden Fall nächste Woche Freitag definitiv erledigt haben diesen Punkt und dann sehe ich hier es ist eine Deadline eingetragen einfach für den Freitag auch hier könnte ich natürlich eine Uhrzeit hinterlegen was ganz tolles an Org Mode ich kann solche Termine auch wiederholen ich kann zum Beispiel sagen ich habe hier einen wöchentlichen Termin also mache ich hier Steuerung C Steuerung S ich schedule das das ist ein Montagstermin der ist montags immer um 13 Uhr 30 und dann mache ich hier noch ein plus eine week eine woche das heißt dieser Termin ist jetzt gescheduled für jeden Montag um 13 Uhr 30 und noch etwas es gibt ja auch Termine die will ich jetzt nicht irgendwie schedulen oder so sondern die sollen einfach nur einen Zeitpunkt haben an wann diese Termin stattfindet das heißt da ist keine Aufgabe oder so dahinter das heißt wenn ich jetzt hier mir zum Beispiel ein Meeting Überschrift für ein Meeting mache und dann Meeting 1 und dann kann ich mir hier jetzt ein Datum setzen zum Beispiel ich habe ein Meeting das ist am nächsten Montag von 14 bis 16 Uhr dann geht hier Steuerung C und Punkt öffnet wieder den Minikalender das heißt ich gehe zum Montag kann jetzt sagen okay 14 Uhr und kann dann sagen das ist bis 16 Uhr und ich kann das Ganze theoretisch sogar auch über mehrere Tage hinweg machen das heißt wenn ich irgendwo Urlaub habe das heißt ich will mir hier fünf Tage Urlaub eintragen kann ich hier auch mit diesen zwei Bindestrichen das Ganze verknüpfen und dann nochmal Steuerung C Punkt und dann sagen okay bis nächsten Freitag ist dieser Termin so einfach funktioniert das Ganze in Org Mode Termine Aufgaben und so weiter zeitlich anzulegen und zu schedulen dann wäre es natürlich gut das Ganze auch in einer Übersicht zu sehen also in einer Art Kalender und dazu müssen wir aber in unserer init el noch etwas anpassen denn diese Agenda eben Org Agenda die der muss man erst mal mitteilen welche Dateien welche Org Dateien überhaupt gepasst also gescannt werden sollen nach Terminen Aufgaben und so weiter und so weiter das heißt wir springen jetzt mal in unsere init punkt el und machen folgendes wir sagen die Variable Org Agenda wo habe ich sie ah ja genau Org Agenda Files so heißt sie kann ich jetzt hier die Datei hinterlegen so ich speichere das mal und habe das ganze jetzt mal hier evaluiert und dann mache ich noch etwas normalerweise glaube ich ist die Org Agenda aufsteuerung c steuerung a irgendwie so und es hat sich irgendwie so durchgesetzt dass fast alle in ihrer konfigurationsdatei folgenden Shortcut haben und zwar global set key das heißt ich definiere mir eine globale tastenkombination die in emacs in allen modi funktioniert egal wo ich also bin die wird dort immer funktionieren diese kasten tastenkombination und dann gebe ich ein keybinding mit keybind und zwar steuerung c und a also wenn ich jetzt steuerung c und dann a drücke dann soll folgendes passieren er soll ausführen Org Agenda das heißt er soll eben ja Org Agenda den Befehl ausführen und was dann passiert seht ihr gleich auch das evaluiere ich mal ich gehe jetzt zurück in meinen test.org und drücke jetzt mal steuerung c a und das seht ihr schon jetzt kommt hier so ein auswahl menü und ich möchte diesen ersten punkt hier also dieses a das heißt das ist der standard agenda view der view wie ich ihn standardmäßig sehen kann das heißt ich drücke jetzt mal a und ihr seht ich mache das mal anders ich lasse das mal hier einblenden macht es mal ein bisschen größer damit ihr das seht und auch hier kann ich mit mich mit den Tasten N und P bewegen in diesem Modus und ich sehe eben hier den aktuellen Tag also mir wird immer eine das ist standardmäßig so mir wird hier die aktuelle kalenderwoche 41 angezeigt montag bis sonntag und aktuell sind wir eben am freitag und der aktuelle zeitpunkt ist hier und ich sehe schon um 14 uhr habe ich ja diesen schedule drin und aus dem in sieben tagen ist übrigens eine weitere aufgabe fällig ich kann in der agenda solche ähm termine auch reschedulen das heißt ich habe diesen äh termin jetzt rescheduled habe er gedrückt habe meine äh org agenda file reloaded refreshed und er ist weg das heißt wenn ich jetzt hier nochmal in mein test punkt org gehe ähm dann sehe ich dass das jetzt für samstag 16 äh geplant wurde ja wenn ich das wieder für heute mache steuern sich a aufrufe dann ist dieser gliederungspunkt äh wieder da mein iMacs mag mich heute nicht so aber das liegt auch daran dass ich hier so eine frische installation habe und iMacs nicht so funktioniert wie ich das gewohnt bin von meinen tastenkombinationen her so ich springe nochmal in die agenda mode rein und möchte ich jetzt zum beispiel hier diese aufgabe ähm sehen ja dann kann ich hier tab drücken und ich werde automatisch in ähm mein cursor springt automatisch in das file hinein wo diese aufgabe definiert ist und ich kann eben diese aufgabe sehen wunderbar also so kann ich da mich zwischen der agenda und der aufgabe hin und her bewegen also die agenda ein wirklich wichtiges werkzeug in org mode und ich denke wir werden uns in einer weiteren folge ganz ausführlich mit der agenda beschäftigen und tschuldigung das war gerade ein wecker von mir werden uns mit der agenda auch intensiver beschäftigen und die einstellung was ich sonst noch alles damit machen kann und werden uns mal so konfigurieren wie ich das auch gewohnt bin wenn man mal in seinem workflow in seiner muscle memory so drin ist dann ist es oft ein bisschen schwierig das ganze aber eines wollte ich euch auf jeden fall noch zeigen und das sind die sogenannten tags das heißt ich kann bestimmten aufgaben auch tags mitgeben das kann ich machen indem ich hier an das ende eine überschrift springe und dann mit einem doppelpunkt zum beispiel sage okay das ist jetzt work so und dann nochmal ein doppelpunkt oder ich kann sowas sagen wie add phone doppelpunkt also hier hätte ich jetzt zwei tags gesetzt gesetzt für diese aufgabe und solche tags kann ich natürlich auch vor definieren das zeige ich euch jetzt dazu gehen wir hier oben hin und definieren uns ein paar tags eben wieder mit raute plus dann dem keyword tags und doppelpunkt und dann kann ich sowas sagen wie work oder at phone at home und so weiter und so weiter ich speichere das ganze ich glaube ich muss org mode nochmal ausführen so und dann kann ich jetzt zum beispiel gehen wir mal auf eine gliederungsebene hier unten dann kann ich steuerung c steuerung q drücken und dann kann ich hier tags auswählen und dann kann ich hier sagen uni hat er jetzt nicht genommen warum hat er das nicht genommen und die darstellung ist auch ein bisschen komisch schauen warum das wiederum so ist ja irgendwie bin ich heute nicht so ganz auf der höhe habe ich gemerkt auch hier habe ich wiederum das key zeichen vergessen ich habe hier eben hier oben unter work hier noch ein w in klammern geschrieben und org mode nochmal neu gestartet und jetzt erkennt org mode auch meine tags das heißt ich kann hier eben auf eine gliederungsebene springen und kann dann hier mit steuerung c steuerung q und jetzt kommt hier unten ja kann ich jetzt meine tags auswählen und eigentlich kann ich jetzt sagen p für add phone und par für home also ich kann hier das alles anwählen auswählen und so weiter und dann mit return akzeptiere ich das ganze und ihr seht da hinten ist der tag erschienen also wunderbar und was kann ich jetzt noch mit diesen tags machen so wenn ich nun diese tags gesetzt habe kann ich zum beispiel wieder auf meine org agenda gehen also steuerung c a steuerung c a und jetzt kann ich zum beispiel mit m ein match machen und zwar ich will mir nur die ebenen tags und so weiter anschauen die work haben und dann sehe ich jetzt jetzt ein bisschen kleiner das ganze ziehen wir mal hier ein bisschen rüber und dann seht ihr dann habe ich jetzt nur hier diese sachen work da in meiner agenda das heißt ich kann mit tags mir eben meine aufgaben und so weiter sehr schnell herfiltern zum beispiel wenn ich in einem bestimmten projekt bin und so gut mehr wollte ich eigentlich euch heute nicht zeigen es ging nur darum sich in org mode ein bisschen zu bewegen die gliederungen anzupassen die ersten aufgaben zu definieren das ganze zu schedulen zu terminieren dann tags zu vergeben listen sind ganz wichtig checkboxes sind ganz wichtig auch oben sich anzeigen zu lassen wie viel denn jetzt eigentlich von so von der aufgabe und den unter aufgaben schon erledigt sind das ganze und in der nächsten folge wollen wir uns sinnvolle anpassungen in unserer init.el für org mode und vor allem org agenda überlegen damit wir einfach ein bisschen besser damit arbeiten können mit dem ganzen also ein paar sinnvolle anpassungen so wie sie ich auch benutze die zeige ich euch nächstes mal und wir werden uns einfach in den nächsten folgen weiter mit org mode beschäftigen und werden dann noch sehr viel zu tun haben denn org mode ist wirklich umfassend und ich kann euch gar nicht alles zeigen aber ich will euch einfach das zeigen was ich in meinem arbeitsalltag einfach benutze und dann sage ich bis dahin macht's gut ciao ciao